Hallo liebe Zuschauer, heute stellen wir euch die drei Spiele vor, die nominiert sind zum Kinderspiel des Jahres. Nein, wir stellen sie nicht vor, wir machen nämlich gleich eine Verlosung in dem Fall, weil Captain Silver, Alina, zeig erst mal das, das haben wir schon vorgestellt, Ice Cool, da gibt es demnächst gleich das Video, vielleicht schon die Tage, also auf jeden Fall vor der Bekanntgabe Kinderspiel des Jahres und Alina, zeig mal das nächste, die hat der mysteriöse Wald in dem Fall. So, Elias, stellt mal wieder hin. Ich habe es noch nicht ausgespielt. Genau, alle drei haben wir gespielt, alle drei sind ab sechs Jahren. Jetzt fragt man sich, kann man die Spiele gewinnen? Nein, weil ich habe die alle noch einmal natürlich verpackt. In dem Fall gibt es ein Ice Cool, es gibt ein Captain Silver zu gewinnen und es gibt natürlich auch hier der mysteriöse Wald zu gewinnen. Das heißt, gleich drei Spiele. Schaut euch einfach mal die einzelnen Videos an. Alina, zeigst du sie auch ein bisschen hier rüber, dass man sie sieht? Da hat natürlich schon jeder seinen Favorit. Jetzt fragt man sich natürlich, naja, wie kann man überhaupt die Spiele gewinnen? Die Hand weg, okay. Wie kann man die Spiele gewinnen? Naja, ich würde mal sagen, Auflösung bzw. bis zum 30. Juni in dem Fall, könnt ihr auf jeden Fall teilnehmen und ihr schreibt einfach in den Kommentar das Spiel, das ihr gewinnen wollt. Ihr könnt natürlich noch mehr dazu schreiben. Auspacken. Auspacken, wir spielen es gleich, das heißt, schreibt einfach den Namen. Ja, wir packen auch gleich das auf. Okay, wie ich merke schon, wir spielen nämlich gleich nochmal die Spiele. Das heißt, schreibt einfach in die Kommentare, welche Spiele ihr gewinnen wollt. Alles weitere schreibe ich als Text dazu. Ich wünsche euch viel Spaß und wer die Spiele jetzt noch nicht kennt, schaut einfach in die einzelnen Videos rein, da erfährt man mehr darüber. Ich würde mal sagen, wir spielen jetzt, oder? Ja, und du auch. Ich sag mal tschüss, bis bald. Sag dir auch noch tschüss. Tschüss. Okay. Okay, ich glaube, wir spielen jetzt alle drei.